so hallo und herzlich willkommen herzlich willkommen zu einer weiteren folge spiderman ich bin der fangehmer ich mag ich bin der fangehmer 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 so so oh 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 Jetzt reicht's, Alter. Vorsicht! Wir haben zu viele von uns erwischt! Los mit lustig! Ich schaffe den Clown alleine! Na so! Wo kommt's her? Willkommen! Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder! Hey! 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 Hilfe! Was zum... Wo ist sie hin? Sie ist weg. Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger. Na gut! Duuut! Der Cat ist zurück! Also war Black Cat diejenige, die durch das Dach kam? Sie hat mit Hammerheads Leuten zusammengearbeitet? Ja. Sie hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit da drin beobachtet. Sag mir, dass sie nicht mit der Maria abgehauen ist. Ist sie nicht. Gut. Sie hat es zerstört und einen Speicherstick geklaut, der im Rahmen versteckt war. Was? Tut mir leid. Was meinst du, was auf dem Stick war? Gute Frage. Ich werde mich mal umhören. Und ich fange an, Katzenspuren zu folgen. Alle Einheiten. Meldungen über eine Explosion in der Nähe von Times Square und Bryant. Explosion? Das sollte ich mir ansehen. Na dann schauen wir hin. Was hier abgeht. Wenn ich mich, die Explosion im Times Square hört sich nicht gut an. Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wieder Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Stay behind the perimeter. Okay, Kumpel. Finde die restlichen Sprengladungen. Entschärft. Ich muss die anderen finden. Ich muss nach den blinkenden Lichtern an den Zündern Ausschau halten. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ist ein Bombenzünder in der Nähe? Hört der Spider-Bot seine Frequenz? Der Spider-Bot sieht die Bombenzünder als hellblinkende Tarbeine. Der Spider-Bot sieht die Bombenzünder als hellblinkende Tarbeine. Mir läuft die Zeit zur Deaktivierung davon. Entschärft. Noch eine. Ich entferne mich zu weit vom Bomben-Signal. Beeilung. Die Zeit läuft. Oh man. Die Bomben werden explodieren. Schnell. Oh, die waren Gebäude wo? Das war fies. Das war jetzt echt fies. ok kumpel finde die restlichen sprengladungen entschärft ich muss die anderen finden sie ist deaktiviert ich muss die anderen finden entschärft noch eine der spider bot sieht die bomben zünder als hell blinkende lichter ich sollte zurück zum signal die bomben werden explodieren schnell ihr läuft die zeit zur deaktivierung davon das merke ich auch gerade habe der heilung die zeit läuft Was ist das? mission liebe die augen nach weiteren in der stadt offen halten hallo ich habe deine nummer von einem freund bei der polizei ich wette ich kenne ihren freund wie kann ich ihn helfen detektiv vielleicht sollten wir persönlich darüber reden kannst du bei gelegenheit im revier in greenwich vorbeikommen ich höre sie sich gerne auf dächern sicher doch bis gleich damit werde ich erstmal beschäftigt sein während ich auf mj warte der museumsraub war verrückt eine zusammenarbeit mit hammerhead klingt nicht nach black hat ich hoffe mj kann mehr über den speicherstick erfahren wie sie vermutlich gehört haben hat spiderman die genoten von hammerhead daran gehindert das war's mit dir das ist nicht gut dann größere tour nach vier und geldfälschungen das eine kann nicht ohne das andere als ich anfing habe ich die ganoven eingesponnen und einen zettel für die cops da gelassen jetzt sind es nur noch sms ich werde jetzt hier die folge beenden wir werden dann frisch und fröhlich beginnen ich bin spiderman alias fang immer macht das gut dann ciao und papa